so jetzt habe ich etwas holz wenigstens so so wünsche routen kann ich mir auch noch bauen damit kennen die meisten wahrscheinlich aber schon dass man auf einer bestimmten größe mal dann erzeugen kann toll so ein riesen mammutbaum wie ich die nase es kommt da raus ein brennender zombie cool so essen müsste fertig sein kann ich das rottenfleisch eigentlich auch einstecken schade wird nichts so was haben wir denn hier 16 stück lassen wir das noch kurz fertig werden essen noch mal schnell was ach reicht schon so lassen wir das ding noch weiter arbeiten viel kohle naja aber das ding ist auch fast voll dann passt das ja noch so dann kommt das da oben rein machen wir uns mal ein bisschen eisen äh koperbahn meine ich sorry naja das ist die batterie ladestation dann würde ich erstmal das hier machen das können die anderen später noch ändern wenn die wollen so aber erstmal muss das hier sicher gemacht werden dann machen wir uns das gummi raus machen wir uns noch ein paar kabel so geht das auch cool sechs stück so dann wie feind eisen haben wir dann brauchen wir zweimal das crafting table zack 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 hat aber genau bereich dann dafür so so dann haben wir das ding ich glaube das war so ach ich muss ja auch erstmal die anderen dinger mitnehmen dann den maschinenblock achja elektrischen haben wir hier auch da bin ich da denn da 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 dann den da oben hin den dahin den da den da und wir haben extrakter extrakt, extraktur extrakt der, oder wie auch immer ich glaube ich setze den mal da ran so jetzt haben wir aber gerade kein gummi dann gehen wir uns mal was holen weil da waren ja noch welche die reif zum ernten sind passiert mir ja immer wieder ich glaub blätter kommen bis nach oben hin weg dann kriegen wir auch noch setzlinge und ja so und oben die blätter können ja drauf bleiben so aber wirklich reichlich an ausbeute naja gummi 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 kein gummi dran naja muss ja auch passen dass da nicht irgend so ein viech rauskommt mit einmal gummi 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 nix am gummi baum dran hier da haben wir auch noch einen mit jahren dran cool ach da oben ist gummi so wie viel habe ich denn bekommen ein da haben wir auch noch dran toll wie war es nur ein sehr wenig naja geht das dann schneller oder damit mal schauen genauso schnell wer hätte das gedacht da ist gummi komm her gummi 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 toll wieso kriegt er nur einen daraus was soll der scheiß denn viel zu wenig echt da ist noch ah drei stück vielleicht waren die noch nicht ganz so half kann ja auch sein naja egal bisschen gummi das ist ja schon was mal hier noch was dann vielleicht hier und da da ist nix da ist nix da ist auch nix und hier wahrscheinlich auch nix doch da oben ganz oben man 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 kommt da noch nicht ran ja wo ist das gelandet hier oben na sicher doch so jetzt habe ich dich war auch nur einer es wird gleich schon wieder dunkel cool da hinten habe ich gerade was gesehen hier irgendwo was dran rennen wir erstmal da hinten hin eine query zu bauen wird ganz schwer weil wir nämlich keine diamanten haben zumindest haben wir welche aber zu wenig wir brauchen insgesamt ich glaube acht stück ja das wird heike was ich gut gebrauchen könnte wäre eigentlich ein ender portal dann könnte ich mir close down holen dann würde ich mir ein transmutation table bauen dann können wir die meisten sachen drin verballern aber hier fehlt ja einiges ach ja ich glaube irgendjemand hat auch tross irgendwie schon gefunden so das kommt dann auch noch mal da rein dann können wir das gummi hier rein tun das kriegen wir aus einem gummi drei stück so und zack drei stück da tja hat man die noch dann wir haben ja echt gar kein eisenmänner dann kann das da rein das tue ich erstmal auch wieder weg das rein das kann da rein die ach da haben wir auch noch eisen ja was hat er jetzt denn wohl vor ne erstmal kann man das da wieder rausnehmen dann tun wir das erstmal rein ich habe schon wieder vergessen was ich machen wollte ach ja dafür brauche ich eigentlich auch nur zwei das reicht ja cool weil ähm ich weiß gar nicht wie die dinge aber auf englisch heißen dann suchen wir mal kurz äh da huntswar eine segel so aber was sie alle unterschiedlich bringen weiß sie nicht naja können uns ja mal so ne äh smaragd machen äh dafür brauchen wir das dann brauchen wir stickies stickies kommen hier ein hier kommen die hin und die kommen hier hin und das war natürlich falsch rum boi so rum und jetzt kann ich so machen und so jetzt haben wir die halben dann kann ich das nämlich auch mit denen hier machen ähm so nicht so nicht so zack 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 ich glaube das reicht erstmal hm steinboden ist hier drin kann das ja auch mal so lassen ach ja tja kann aber auch mal was gucken und zwar zack 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 ach mist dafür müsste ich sieht ein bisschen komisch aus ne äh eigentlich wow ouch naja klar zack zack so so das fällt hier wahrscheinlich auch gleich wieder runter war klar so ne da komme ich ja so nicht hoch äh damit zack zack nehmen wir mal die hier wieder das mit den setzen ist auch geil gemacht finde ich äh ja dann dann nehmen wir das hier mal raus nehmen wir die raus und setzen wir normale dahin zack hier kommen wir natürlich auch wieder nicht hoch das hoch hüpfen das stört nämlich ein bisschen äh zack 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 warte mal mach die mal weg dann das hier weg ja mit äh spitzsack ist richtig dann setzen wir das dahin das ähm hauen wir den scheiß hier weg naja könnte man eigentlich so machen aber dann ist das ja so Mist hm so hübs dann mach ich da erstmal wieder Holz hin so dann muss man hier hoch hüpfen naja oi das ist mal so aber wie gesagt soll er entscheiden also Patrick wie das gemacht werden soll ob so oder anders ach ja ja aber erstmal machen wir noch mehr Marvel so zack kann man die nochmal so machen no geht nicht ich glaub ich mach da auch Maschinengebäude so hier ist alles kaputt weil hier die Creep explodiert sind ich glaub das fülle ich dann gleich mal auf alles und mach die Ebene hier tiefer so ist auch bald vorbei dann hab ich die vollen für sieben Tage und ja mal sehen wie es beim nächsten Mal aussieht ob alle wieder dabei sind oder kann auch sein dass wir ganz normal äh ganz normal Minecraft weiter zacken ich weiß es nicht aber dann gibt es ja noch das andere together mit dem Shui und den Nebel macht was auch zur Zeit noch läuft ja ich hoffe es stört euch nicht so sehr dass ich hier grad alles alleine mache naja kann man ja nichts machen wenn der eine Probleme hat der andere keine Lust darauf und der andere wiederum nur keine Lust hat weil der andere nicht dabei ist finde ich immer schon ein bisschen seltsam aber naja so zack 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 lassen wir den Stück aber noch stehen zack zack pf zack 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 hier noch dicht, da noch dicht ich glaub das reicht gar nicht achso ich hab da noch was man hier ist aber auch was explodiert in den letzten Aufnahmen mal hier, mal da mal der gestorben, mal der gestorben cool, dass immer der nächste Stack in die Hand wandert das find ich geil so da ich werd wahrscheinlich aber nochmal ich werd ja eh nochmal den Boden rausreißen aber erstmal um zu schauen, mach ich das immer dicht alles so, zack ich wollte ja auch noch was testen stimmt ja haben wir gerade keine Kabel dabei gut, die haben wir dabei dann mal schauen da haben wir nochmal Kabel es wird gleich schon wieder dunkel lege ich mal hier Kabel hin und dann probier ich mal was so ja aber wird ein bisschen komisch aussehen naja aber dahinter verschwindet das ja dann eigentlich auch wenn man was bauen will dann kann man was hinter der Wand bauen ist ja auch nicht schlecht finde ich zack so dann gehen wir mal schlafen die Zirpen machen schon Lärm so irgendwie hängt das zur Zeit bei mir ein bisschen hinterher mit dem Sound und so alles so und was haltet ihr eigentlich über allgemein über attack it dann schreibt das doch mal in die Kommentare wenn ihr Lust habt wie gesagt ich zwinge euch da nicht zu machen wir mal ab hier glaube ich muss aber gleich nochmal ein bisschen mehr Marvel fahren so ich würde sagen hier noch lang dann tja bis sagen wir mal hier was läuft da schon wieder lang oh diese verfickten Creeper echt ey naja Feier und Bogen habe ich ja nicht dabei ich glaube einen Bogen kann ich mehr machen ich mach mal jetzt meine Tür zu mir lieber 1 2 3 dann Pfeile hier Bogen habe ich nicht boah ich muss gleich niesen oder auch nicht irgend so in der Art war das so ne ich glaube das war so 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 und so ich merke mir das nie ich werde mir das auch niemals merken können du bist tot Creeper BÄM BÄM Sterb Creeper Sterb und tot kann man sich eigentlich auch Smart Pfeil und so machen wahrscheinlich nicht sieht so aus sieht so aus ich werde mir das auch schon mal verstanden, ich werde mir das auch schon mal das auch schon mal